Gibt's das noch Slime? Ja, ja. Damit haben wir in den 80er Jahren gespielt. Hier kommt das Ding aus dem Sumpf. Ich besorg dir einen neuen Topf. Das hier riecht ein bisschen hinüber. Frau Kümmelsaft, wo sind Sie? Frau Kümmelsaft? Hugo, wo seid ihr? Ich bin hier, rechts von dir. Beuge meiner Scheibe. Tom. 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 Frau Kümmelsaft! Hugo! Tom. Tom, wir sind hier. Warte kurz. Hör zu, Kleiner. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber du musst jetzt mutig sein. Lauf zu Ebene 3 und hol die LEDs aus dem Lager. Der Schleimbeutel und ich gehen so lange in die Waffenkammer. Wir treffen uns im Kontrollraum, auf Ebene 4. Glaubst du, du schaffst das? Weiß ich nicht. Mann, dein Keller ist 10.000 Mal gruseliger als das hier. Du schaffst das. Ich schaff das. Ich schaff das! Verborgen im Untergrund operiert eine streng geheime Behörde. Professioneller Gespensterjäger. Die uns vor bösen Mächten bewahrt. Ich komm jetzt runter. Viele dieser Geister sind furchteinflößend. Manche eher weniger. Mal sehen, was sagt man in so einer Situation? Und ähm... Buh! Klingt nach einem M.U.G. Ein M.U. was? Ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Ist das vielleicht nur Mittelmaß? Du bist total unheimlich, okay? Was wollt ihr hier? Wir dachten, sie brauchen unsere Hilfe. You were ready for take off? Ein Geisterhaus ist kein Ort für ein elfjähriges Kind. Wow. Ist das alles CGI? Streng geheim. Wie Hogwarts. Ihr neuer Partner? Kümmern wir uns ab. Ich schmeiß mich weg, Verlachen. Irgendwo in der Stadt hat sich was sehr Mächtiges eingenistet. Es ist groß. Und fies. Und groß. Es hat alles eingefroren. Wir haben einen Job zu erledigen. Darf ich mit? Bitte! Vergiss es, Rotzfahne. Warst du der beste Freund, den ich je hatte? Empfinden Sie etwas für mich? Du bist elf. Und nicht wirklich mein Typ. Du hast ja nichts an. Würde ich nie wagen. Alles okay. Mir geht's gut. Wir sind ein Team. Alle für einen. Und einer für... Um den Rest kennenzulernen. Haben Sie niemals Angst? Nein. Feuer! Yippie, ja, yay. Eisbacke. Können wir den wieder einschalten? Ich liebe Gruselfilme. Geil. Worte. Mwahaha! Mwahaha! Mwahahahaha! Amen.